Es ist auch für einen Moderator eine Ausnahme, bei einem Jahrhundertereignis dabei sein zu dürfen. Und wahrlich, es ist ein Jahrhundertereignis. Zahlen sprechen für sich. Vielen Dank. Wir sind ein Caritari aus Mörbisch am See. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir heute bei diesem historischen Ereignis dabei sein können. Vor allem, weil ich nicht ganz sicher bin, ob wir quasi bei der 200 Jahre Feier noch fit genug sind für die Bühne. Aber ja, in jedem Fall ist es wirklich ein sehr schöner Anlass und möchte mich bei allen bedanken. Aber ich möchte auch trotzdem was sagen. Ich habe nämlich vor allem mit vielen Musikern geredet, die heute auch spielen und auch im Orchester. Und es ist mir so ein bisschen ein Herzenanliegen, dass ich etwas dazu sage. Weil ich habe mitbekommen, dass die Damen und Herren da drüben im Orchester, die bekommen heute gleich 30 Euro pro Abend fürs Spielen. Und das finde ich in einem Kulturland, Burgenland, bei 100 Jahren Burgenland, bei einem sozialdemokratischen Land, finde ich das beschämend. Und ich finde es besonders beschämend nach Corona. Und ich finde es noch beschämender, wenn man gleichzeitig weiß, dass in Corona genug Geld dafür da ist, dass es zwei Intendanten bei dem Seefelsspiel Mörbisch gibt. Und ich finde, da geht es ein bisschen um Anerkennung und wir alle auch. Es sind halt wirklich Weltstars da. Also der Christian Kolonowitsch, das ist so eine Ehre, da zu spielen Opus, Brui und alle sind total unterbezahlt und spielen für ein sprichwörtliches Butterbrot. Weil es alle, wir stolze Burgenländer sind und wir wollen Teil davon sein, dass wir das Burgenland repräsentieren. Und wir haben eigentlich wollten absagen, aber der Christian Kolonowitsch hat zu mir gesagt, na dann sag heute was. Und deswegen sind wir heute da. Ich wollte nur sagen, nur als Referenzrahmen, wir haben eine Tournee gespielt in Albanien und wir haben in Albanien mehr Gage bekommen als heute. Wir haben letztes Jahr in Vorarlberg gespielt, wo wir überhaupt keinen Bezug haben und haben die zehnfache Gage bekommen von dem, was wir heute angeboten haben. Und das ist aber kein Problem, weil wir machen sehr gern fürs Burgenland, aber wie ich dann das gehört habe von den 30 Euro, da habe ich mir echt gedacht, es liegt mir so am Herzen. Es tut mir auch leid, wenn ich jetzt so den Rahmen unterbreche, aber ich wollte es einfach gesagt haben, einfach, dass das ein bisschen einen Kontext gibt. Und ich glaube, wenn wir ein Kulturland Burgenland sind, dann finde ich, sollte man das auch die Künstler würdigen. Und da geht es gar nicht um Kulturförderung, so weit gehe ich gar nicht, sondern da geht es darum, dass man das zahlt, was jeder Kulturverein, jeder Veranstaltende in Albanien ohne Förderung auch bezahlt. Und dann, Entschuldigung, Entschuldigung bitte, mit allem Respekt. Sie haben eine falsche Information, jeder Musiker in Mörbisch bekommt 140 Euro pro Abend. Nicht in Mörbisch, heute. Ich habe verstanden Mörbisch. Nein, 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 hat nichts mit Mörbisch zu tun. Okay. Tut mir leid. Aber ich glaube auch, dass diese Zahl nicht stimmt. Oh ja, also ich habe es gefragt vorher, ich habe es überprüft. Aber es ist wurscht, ich will jetzt auch quasi, ich will jetzt niemanden den Abend... Das ist nicht wurscht. Sie machen ja Vorwürfe, die sicherlich auch andere Gründe haben. Nein, überhaupt nicht. Vielleicht sind diese Gagen auch aufgeteilt auf die Bands und die entscheiden dann, wie es weitergeht. Bitte? Sie bekommen 30 Euro pro Abend. Nein, nein, aber wir... Ich wollte jetzt quasi stellvertretend sprechen für alle Musiker, die heute da sind. Und ich glaube, das ist... Aber wissen Sie, Sie stellen dann ein System hin und sagen, als Verbrecher, wir haben zwei Intendanten. Nein. Wir haben nicht zwei Intendanten, wir haben einen künstlerischen Leiter und einen Intendanten. Und das ist ein Unterschied für drei Festivals. Ich möchte schon, dass man auch wirklich anerkennt, dass auch andere Menschen arbeiten. Und ich bin von der Bühne, und ich weiß auch, was wir jetzt gerade leben auf der Bühne, mit Unterstellungen. Und ich bitte Sie, vorsichtig zu sein, weil es die oben sind immer die Verbrecher. Und das ist aber nicht so, mein Lieber. Herr Heide, also... Nein, es muss man mal laut sagen, es tut mir laut. Gut. Es tut mir leid, wenn Sie sich persönlich angegriffen fühlen. Ich wollte nur quasi etwas dazu sagen. Ich bin nicht persönlich angegriffen. Gut. Überhaupt nicht. Aber man muss ja auch wirklich die andere Seite hören. Nein, ich sehe die andere Seite genauso. Und ich sehe das, deswegen habe ich gesagt, ich würde mir wünschen, dass es ein Gespräch dazu gibt, dass man miteinander redet. Ja, aber nicht bei so einer Show, wo alles emotional ist, dann sind Sie bitte nicht böse. Wir spielen weiter. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, Kari Kari. Vielleicht kann ich jetzt, liebe Kari Kari, für ein bisschen Aufklärung sorgen, wenn Sie das noch hören wollen. Die jungen Musiker, die hier sitzen sind, aus den verschiedenen Konservatorien, die gesponsert sind vom Land und bekommen für solche Auftritte, ich erinnere mich auch, wie ich im Konservatorium war, wieder 30 Euro Reise und auch Verpflegung. Das sind also nicht abgeschlossene Musiker, sondern das Studenten und Studentinnen. Nein, Sie machen jetzt so und stellen hier wirklich alle hin als Leichtverbrecher. Es tut mir leid, das kann man nicht akzeptieren. Nein, weil morgen steht in der Zeitung, Burgenland zahlt nur 30 Euro pro Abend. Und es tut mir leid, es tut mir auch leid, meine jungen Damen und Herren vom Konservatorium, dass sie nur 30 Euro bekommen. Aber das hätte Christian auch wissen müssen. Und da sind bitte keine jetzt Profimusiker. Und ich hoffe, dass Sie sich nicht ausgenutzt fühlen von uns. Fühlen Sie sich ausgenutzt von uns? Ja? Sie fühlen sich trotzdem als Musiker. Dankeschön. Okay, man sollte ja auch bei solchen Dingen offen darüber reden. Ich hoffe, das hat Sie nicht gestört. Es muss einem eigentlich auch wurscht sein, weil ich erlebe selbst im Augenblick Situationen, wo einfach nur hingeschlagen wird auf jemanden und man keine Gelegenheit bekommt, sich zu verteidigen. Jetzt darf ich Ihnen die Rede unseres Landeshauptmannes ankündigen, der für viele visionäre Projekte in diesem Land steht, wirtschaftlicher, kulturpolitischer und auch gesellschaftspolitischer Art. Meine Damen und Herren Landeshauptmann, Mag. Hans-Peter Toskotzil. Auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es vielleicht viele den Eindruck hatten, dieses Zwiegespräch, was da vorhin stattgefunden hat, crasht die Veranstaltung, da möchte ich doch alle erinnern, die hier heute sitzen, dass wir vor der Friedensburg stehen, dass wir ständig immer auch davon reden, dass das Burgenland durch das große Gemeinsame gewachsen ist. Es ist unangenehm, vielleicht eine andere Meinung zu hören. Das war vielleicht störend, das war vielleicht für viele unangenehm. Aber trotzdem, und das ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig, und deshalb stehen wir auch hier und deshalb feiern wir auch diese 100 Jahre und deshalb schauen wir auch zurück. Trotzdem muss man andere Meinungen akzeptieren, trotzdem muss man sich mit anderen Meinungen auseinandersetzen und auch in diesem Fall würde ich mich persönlich mit dieser Situation auseinandersetzen, auch wenn es vielleicht in diesem Rahmen nicht angebracht war, aber wichtig ist für mich, andere Meinungen ernst zu nehmen, zu respektieren und sich auch inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Dankeschön. Kompliment, ich fahre jetzt dorthin, wo ich hingehe, auf die Bühne nach Mörbisch. Servus. Vielen Dank.